Ready or not, here I go! Hallo, grüß' euch und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem YouTube-Kanal. Ich versuche heute die Frei für alle Challenge von Stygi. Ich hätte die Challenge ja eigentlich schon mal geschafft. Aber Michi hat da vorgelegt und, also nachgelegt eigentlich. Boah, Schluckmann, hast du recht. Okay, ich verpisse mich mal drunter. Und ja, das sieht nicht so gut aus, weil ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Aber vielleicht wird es ja diese Runde, was? Er wusste, dass ich da komme? Nee, okay, er wusste es nicht, aber die Kula droppt mich halt. Ja, das ist immer so eine Sache. Ich möchte es wirklich gewinnen, aber das ist halt die Frage. Oh shit, Nagelpistole. Digga, wo? Wo? Der vorne war ja. Egal. Ich muss wirklich... Oh, der Gunfight. Wundere ich nicht, wenn ich nichts labere. Digga, bist du mich verarschen. Cool wäre eine Drohne zu erreichen. Ohne Scheiß. Aber ich glaube, das wird auch nicht so einfach. Boah, Digga. Okay, den habe ich noch. Naja, vielleicht wird es wirklich die Runde was. Ich würde es mir echt wünschen. Das wäre richtig nice. Aber mal gucken. Nagelpistole, Mann. Ich hasse diese Waffe so viel, Alter. Ist echt lächerlich. So, jetzt finde ich keine Gegner mehr, oder was? So, das muss ja irgendwie zum Schaffen sein. Okay, ich habe da hinten wen gehört. Ey, Mann. Was ist das? Komm ich da jetzt nicht mehr hoch, oder was? Das Problem ist, ich bin halt noch nicht eingespielt. Ja, da gibt es mir bestimmt nicht. So, den haben wir auch. Ich komme jetzt eins vor Drohne. Das müsste eigentlich jetzt zum Schaffen sein. Okay, die habe ich jetzt mal. Und er weiß, dass ich hier bin. Wo ist der? Autorisiere Drohneneinsatz. Berteidigungssysteme online. Okay, jetzt habe ich die Vorräte. Mal gucken. Ich meine, Raps wird wahrscheinlich unmöglich sein, aber... Das wäre schon nice. Irgendwo. Da kommt einer. Okay. Okay, Hellstorm. Das nehme ich mal. Das nehme ich mal. Ich stelle mich jetzt einfach hier hin. Mal gucken, ob er... Aha, der ist bei mir. Der ist bei mir, der Spast. Aber den hole ich mir, den hole ich mir. So, den haben wir. Egal, wie viel stehe ich? Okay, ich bin noch gut dabei, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin noch gut dabei. Okay, da ist. Movement-Krüppel ist da. Okay, der scheint AFK zu sein, glaube ich. Aber stört mich nicht. So, komm, das ist jetzt drinnen. Ich darf jetzt nicht so oft verrecken. Dann habe ich es eigentlich. Okay, da ist eine. Die Frage jetzt, wo ist der hingelaufen? Tot gesprayt. Drohne ist nochmal da. Okay, das sieht echt gut aus, Jungs. Den haben wir. Ah, der hat mich. Der hat mich. Der hat mich. Ich bin auf einer 3AKD. Leute, das ist zum Schaffen. Ich darf jetzt nur nicht zu viel nervös werden. Alter Schwede. So, drei Vorwraps. So, jetzt nochmal die Vorräte. Vielleicht ziehe ich ja irgendwas. Zwei Vorwraps. okay komm Donnerkrollen bringt mir jetzt zwar nichts aber ich hause einfach mal raus vielleicht mache ich ja den ein oder anderen kill ich habe keine ahnung wie man die am besten setzt aber ich setze jetzt einfach mal also ich würde zu feiern wenn ich die challenge gewinnen würde so Donnerkrollen abschluss ein kill noch leute ein kill noch der ist drinnen und ich habe eine 333er hatte ich leute ich habe mich ich habe ich habe ich hoffe ohne scheiß ich hoffe miche miche legt jetzt nicht mehr nach weil wenn er jetzt noch mal nachlegen würde dann wäre es unmöglich glaube ich es würde nicht gehen ja commentary würde ich jetzt mal sage ich jetzt einfach nichts zu tun dazu weil ich war glaube ich ziemlich ruhig weil es echt belastend war wenn du die ganze zeit nach joinst in einer frei für allen runde dann geht die runde schon der erste hat weiß ich nicht 10 kill schon dann kannst du nicht mehr aufholen aber die würde ich mal sagen habe ich gefickt und ja ich hoffe ihr hattet spaß ihr merkt schon ich bin ein bisschen durcheinander aber ich habe es geschafft ich habe es gepackt und wir sehen uns und hören uns beim nächsten mal dude net oh 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 mickey den kleinen Pisser Bis zum nächsten Mal.